So, jetzt sind wir hier auf dem Stammtisch bei Zyra, Silvesterstammtisch, äh, Silvesterstammtisch, äh, Silvesterstammtisch, äh, Silvesterstammtisch, äh, Letzterstammtisch das Jahre, ach, gut, äh, ja, wo ist noch ein DJ, na, aber irgendwie sieht man ihn nicht, ja, ja, wir gehen jetzt raus und gucken mal, ob draußen Feuerwerk ist, ja, ich will noch keine Stunde Uhr haben, ach, hier ist noch keine Stunde Uhr, Ja, da müssen wir bis zu Hause fahren, ja, jetzt habe ich mich mal angezogen, ich war, ich darf, welche Müllst du mir das sagen, ich war ja völlig nackt, nein, ja, ja, jetzt kann man nicht nur um so rumlaufen, nein, ja, genau, so, und jetzt gehen wir mal gleich ein bisschen raus, gucken, Oh, jetzt geht's runter hier, so, sie stürzen, oi, 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 o Das ist nicht Stockbrot, das ist Stockhandy, aber es ist am Handy. Ja, aber ich werde nicht das Handy so gut rausholen. Lecker, lecker. Wie heißt du denn? Ich bringe der Keon. Keon, ui Keon, ja. Hier haben wir noch den Zyphoft. Ui, 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 ui. Foto brennt, ui, ui. Herrlich du. Ich bin gerade weggedreht das Video als du es Feuer gemacht hast. Lass es lieber, das ist zu gefährlich. Ja, du hast den Kohl abgefackelt. Oh, lieber, dass du die Pfote überhaupt rauskriegst. Ja, jetzt aber. Weil es zu gut ist. Ja, gefährlich hier, du. Ja, das war doch Warnung, war das, eine Warnung. Keine Pfote. Ja, du musst eine neue holen, ja. Vor allem machst du das falsch, Mensch. Ja, gefährlich, du. Du bist nicht recht. Oh, das ist der Nächste, der sich anzündet. Ne, du machst das so ein bisschen falsch. Ach, du hast einen Boiler, ne. Oh, ich geh lieber weg hier, du. Ich hab's loslassen, dann direkt weg. Oh, und dann geht's auch noch zu mir hier. Gleich gibt's eine Detonation hier. Da brennt der Garten, du. Oh, da ist... Ui, voll geblendet, ja. Ja, man sieht sonst nichts. Tut mir leid, dass ihr es blenden muss. Aber... Bist du Finster hier raus, du? Da muss ich ja leider die Lampe anmachen, du. Da hat jemand die Lampe an, ja. Ist die Lampe gut? Oh, die ist auch gut, ja. Da sieht man nichts mehr, nein. Ja, das ist schön hell. Ja, das ist schön hell, ja. Ich brauch auch so eine Power-Lampe, so. Dann muss ich meine Nächste wieder mitnehmen, ja. Äh, ich kann die gerne. Äh, Seyra, ja. Ja, Seyra, ja. Die macht das hier alles und organisiert das alles, ja. Ja, dann erst mal Stockbrot. Mjam, Mjam, Mjam. Oh, jetzt gibt's leckeres verbranntes Stockbrot. Ah, ne, ist er noch nicht verbrannt. Muss noch ein bisschen, ja. Ne, ist ein bisschen knusprig, ja. Ein bisschen wie, äh... Wie heißt denn das überhaupt? Brötchen, ja. Ja, du bist im Bild. Du kannst ruhig machen, ja. Keine Ahnung, ich will das mal machen. Ja, ich will das mal machen. Hm. Feuer, Peitsche, ja. Ich weiß, deswegen hab ich's gemacht. Oh mein Gott, das rettet mich grad, ne. Das ist so warm hier drunter. Ja, du bist. Und vor allem kannst du da jetzt, auf der Sendung anlässt, mal eben ne Faschstück. Ich hab ja den Vorteil, ich kann die ganzen Tiefe aushängen. Huh. Ja, wir haben jetzt Neujahr, ja. Ja, ja. Wo ist das? Ja, 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 ja. Huuuuh. Wer ist? Huuuh. Was ist das, ne Rakete? Ui, jai, jai. Nein. Ach, das Stopbrot. Ja, ich dachte, jetzt starten die Raketen hier, das sind nur Stopbrot, nein. Alles gut. War's weg? Ja, wo? Ja. Ah, Sekt. Ja, Sekt ist gut, ja. Huh. Oh. Moment, ich muss mein Herz dafür ausziehen, oder? Ja. Ja. Ja, ja. Wir haben jetzt Neujahr, ja. Alles gut zum Neujahr. Noch jemand, Jack? Huh. Hier. Ja. Ja. Ja, ich auch. Ja, ich auch. Ja. Ja.